Achtung nicht erschrecken, dies ist kein Adventskalender. Willkommen zu einem kleinen Infovideo. Trotzdem heute am 1.12. bzw. wahrscheinlich werdet ihr das eher am 2. sehen oder später, wenn ihr gerade Zeit habt. Ja, bei mir ist gerade noch der 1. noch eine Stunde 20 lang und ich möchte euch natürlich mal wieder ein bisschen aufklären, wie ihr ja schon auf der rechten Seite seht, über meine persönliche Situation vor allem gerade und was das dann entsprechend für YouTube bedeutet und inwiefern es sich darauf auswirkt und fangen wir straight away, straight away, right away, straight, straight, direkt an. Ich, wow, ich bin gerade unglaublich gut in Englisch, ja. However, am Mittwoch hatte ich meine Abschlussprüfung, also schriftliche Abschlussprüfung und entsprechend habe ich jetzt meine Doku abgegeben, meine schriftliche Prüfung hinter mich gebracht und jetzt fehlt nur noch die dritte hier, die dritte, der dritte Prüfungsteil und zwar die mündliche Prüfung, die wird dann so Januar, Februar sein, da muss ich noch eine schöne PowerPoint für basteln und dann war es das. Ich denke, bestehen sollte kein Problem sein, die Frage ist, wie gut und ja, da bin ich jetzt gespannt drauf und bin einfach nur froh, dass jetzt der schriftliche Teil hinter mir ist, dass ich nicht mehr lernen muss, weil, das wäre echt scheiße. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wahrscheinlich aber eher nicht. Die gesamte letzte Woche war ich einfach nur krank. Ich habe Samstag irgendwie, hat es angefangen morgens mit Halsschmerzen bin ich aufgewacht und ja, das hat sich immer schön weiter. Ich habe an dem Tag irgendwie, habe ich mich viermal pennen gelegt und Sonntag ging es dann wieder einigermaßen. Da habe ich, glaube ich, noch eine Sunshine-Aufnahme gemacht oder Spyro, ich weiß es gar nicht mehr und dann ging es richtig los, Montag ging gar nichts mehr. Da habe ich dann irgendwie gefühlt eine Club-Up-P-Rolle verbraucht. Taschentücher habe ich schon gar nicht mehr verwendet, weil, Alter, da hätte ich jetzt, ey, bei fünfmal neue Packungen kaufen müssen. Also, große Packungen, die aus, keine Ahnung, zehn von diesen kleinen Päckchen bestehen. Ähm, nee, da habe ich lieber direkt zur Rolle gegriffen und das war auch, ähm, ja, also meine Nase lief echt tadellos. Das war super, ich, das war nicht so schön. Ähm, irgendwann ist es dann zu Husten übergegangen und das habe ich auch immer noch ein bisschen, aber es geht deutlich besser und ich fühle mich vor allem besser. Da kam dann wieder diese tolle Phase, wo man einfach keinen Geschmack hat und dann, ja, ist scheiße, ist nicht schön. Ähm, das Problem war aber vor allem, dass ich nicht wirklich für meine Prüfung lernen konnte. Das ist komisch, das, das hatte ich komischerweise auch vor meiner Abiturprüfung, genau. So zwei, drei Wochen vorher oder sowas. Da war ich aber wirklich selber schuld, ähm, ja, bin ich krank geworden. War auch so Erkältungszeugs. Ähm, da war ich aber selber schuld, weil ich einfach Freitag oder nee, Mittwochabends war das, war ich draußen in dieser Abi-Woche, in dieser Motto-Woche, ähm, ich glaube ohne Jacke, nur mit Pullover und das, das war, das war ich selber schuld. Aber jetzt war es, glaube ich, einfach nur Stress, ich weiß es nicht. Ich, ich hab, ich hab abends einen Kakao getrunken mit Pascal, ja, also da hab ich hier mit Pascal gezockt und hab dann Kakao getrunken. Keine Ahnung, ob der mich irgendwie erkältet hat. Das macht keinen Sinn, aber das ist das Einzige, wo ich wüsste, hey, das, das, das hab ich anders, das, den hab ich lange nicht getrunken. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht kam mein Immunsystem darauf nicht klar. Ich hab keine Ahnung, ich hab da nichts mit zu tun. Und trotzdem wurde ich krank, das fand ich nicht schön. Also, ich war mir keiner schuldbewusst. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall, ähm, ja. Ich hab noch rechtzeitig alles irgendwie, ich hab mich nicht hundertprozentig fit gefühlt. Also, fit im Sinne von, ich kann das, nicht im Sinne von, ich bin gesund. Ähm, das, da war ich eigentlich schon ein guter Dinge, dass das kein Problem sein wird. Aber, ah, Ja, das Problem ist halt, beim Fachinformatiker ist es einfach ein riesiges Gefühl zumindest, ein riesiges, ähm, ja, Feld, was du einfach abdecken musst in der Prüfung oder was theoretisch drankommen könnte, besser gesagt. Da hast du halt einmal als Anwendungsentwickler halt, ähm, die Fachqualifikation für den Anwendungsentwickler. Das heißt, alles, was irgendwie mit Programmieren zu tun hat, mit, ähm, ja, Entwickeln eines Projektes, also auch vor allem sehr viel Projektmanagement, dass du irgendwelche lustigen Diagramme zeichnest, die du in der Praxis eigentlich nie zeichnest, aber für die IHK muss es halt so sein. Und, dann hast du halt diesen ganzen Block an IT-Systemen, vernetzt, unvernetzt und davon habe ich eigentlich so gut wie gar keine Ahnung, Hardware, Schnittstellen und was weiß ich alles, ähm, bin ich nicht so mitbewandert. Ähm, kam zum Glück nur eine Aufgabe vor und eine von den fünfen jeweils, eines Aufgabenteils kann man streichen, wie auch immer. Ich musste damit in der Prüfung nichts machen und das fand ich super. Und, dann gibt es halt noch Wieso, das ist halt halt Wirtschaft und Sozialkunde und da gibt es halt allen möglichen Scheiß zum Betrieb, zum Betriebsrat, ähm, zum, zum Markt, also, jegliche Marktforschung, also hier ist es so Marketing-Zeugs, aber halt auch, wie funktioniert so ein Markt, was gibt es da so für Prinzipien, Planwirtschaft, Marktwirtschaft, was weiß ich, soziale Marktwirtschaft in Deutschland. Also, da gibt es, äh, gerade in Wirtschaft gibt es da so riesige Themenbereiche, einfach, die dann, die es immer weiter ausblitten und, ne, wenn du da eine Zusammenfassung machst in Word, dann hast du irgendwie schon so eine Überschrift von wegen 1.1.1.1, wo du dir so denkst, ach, leck mich doch. Echt. Ah, das, 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 das geht einfach so tief und du denkst ja so, ja, wofür brauche ich das als Informatiker? Gut, ein bisschen Wirtschaftshintergrund ist nicht schlimm, aber, so manche Themen, hm, habe ich keinen Bock drauf, eigentlich, mich damit auseinanderzusetzen. Musste man tun und das, das fällt einfach so riesig und ist riesig, generell, na. deswegen kann man da einfach nicht alles wissen. Es ist gewisse, auf gewisse Weise schon Lücken lernen und, ja, es, es, es ging gut. Es war jetzt kein Problem. Auch wenn ich nicht in allen Themen unbedingt mega fit war, zum Beispiel in diesem Prüfungsvorbereitungskurs, in dem ich war, ähm, vorgekommen ist oder, was ich zum Beispiel auch in alten Prüfungen gesehen habe, keine Ahnung. Das, äh, war teilweise nicht relevant. Musste ich nicht wissen. Ja. Wie auch immer, das ist jetzt durch, das finde ich super. Und jetzt kann ich mich wieder ein bisschen, ein bisschen, auf YouTube konzentrieren und vielleicht auch auf Streaming. Hab jetzt schon am, war's Mittwoch? Donnerstag? An einem von den beiden Tagen hab ich nochmal gestreamt. Äh, ein bisschen Crash-Team-Racing, random. Meine Memory-Card haben wir wieder rumgespinnt. Ähm. Und, joa, dann musste ich irgendwann in der dritten Welt mal wieder abbrechen. Aber gut. Hat trotzdem wieder eine Menge Bock gemacht. Und, ähm, ich werde mich jetzt trotzdem erstmal wieder auf YouTube fokussieren. Allerdings, halt, wie gesagt, nur ein bisschen sporadisch. Ich werde jetzt, ähm, Spyro, habe ich jetzt den letzten Part da gerade so fertig gemacht. Den werde ich jetzt rendern lassen und dann hochladen. Das heißt, ihr seht den dann morgen. Und, das ist der letzte Part von Spyro Rhintern. Spyro 2 und Spyro 3 werde ich, ich habe auf ein Paket Möhren gehauen. Das habt ihr aber jetzt wahrscheinlich gesehen, äh, gehört. Gesehen. Genau. Äh, das schöne Plastikgeräusch hier, ja. Wieder mal komplett irrelevant. Wie immer. Äh, ja. Also, das, ähm, werde ich wahrscheinlich auf 2019 verschieben. die beiden anderen Remakes, weil, ähm, jetzt halt noch mein Umzug ansteht. Siehe Punkt 2. Ähm, da muss ich jetzt halt bis zum 15. hier raus haben. Beziehungsweise, äh, wir ziehen halt dann am 15. mit den ganzen Möbeln um. Den ganzen anderen Shit, so ein paar Kartons oder so, kann ich jetzt schon rüberbringen. Wir haben jetzt halt die Schlüssel bekommen für die neue Wohnung. Das heißt, das ist, ähm, chillig. Ja. Ähm, dazu würde ich eigentlich gar nicht mehr großartig was erzählen. Ich ziehe jetzt aus. Meine Mutter und ihr Lebensgefährte ziehen aber auch um. Wie auch immer. Ähm, ich lebe dann allein. Und, da freue ich mich schon drauf. Wird aber natürlich auch ein bisschen stressiger. Und, leider habe ich dann nur noch eine 50 Mbit-Leitung. Hier habe ich einfach mal 1000. Also, 1 Gigabit. Da habe ich nur noch, wie gesagt, 50 Mbit. Habe ich gerade in B gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall. Es wird schlechter. Das Internet. Ähm, 50 Mbit ist da leider das Maximum. Deutschland ist super entwickelt, was das angeht. Ja, es ist halt ein bisschen peripherer gelegen. Also, ein bisschen weiter Richtung Natur. Da musst du schon so einen schönen Hügel hochfahren, wenn du da hin willst. Ähm, aber ja. Den Bonus hast du natürlich. Natur und alles. Aber, Internet ist halt scheiße ausgebaut. Das ist der Nachteil. Ich hoffe dennoch, dass ich damit noch streamen kann. Hochladen sollte ja kein Problem sein. Dauert dann wahrscheinlich Ewigkeiten. Aber das ist mir egal. Ähm, schlimmer ist halt dann, dass ich da wahrscheinlich nicht mehr, also, in der Qualität kann ich auf jeden Fall nicht mehr streamen. Ähm, ja, wie gut das alles funktioniert, das müssen wir dann halt mal schauen. Ich weiß auch noch nicht, wie das da mit Ladenverlegen aussieht, weil, ähm, hier habe ich das, hier habe ich den Luxus einfach gehabt. Das ist hier richtig schön, ähm, ähm, ein Kabel legen. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ähm, wie gesagt, wird aber schlechter. Ähm, mal schauen, wie schlecht wirklich. Und ob das dann alles so funktioniert, ist sowieso die Frage von der Zuverlässigkeit her. Ja, aber das ist ja eigentlich bei allen Anbietern so. Also, das ist scheißegal. An allen Standorten. Ja, soviel dann zur Spiral Week, nach der Trilogy. Die kommt dann wahrscheinlich erst 2019, weil ich eben jetzt mit dem Umzug beschäftigt bin. Dann sind auch schon die Feiertage und dann ist es auch schon das Jahr vorbei. Das heißt, ähm, ja, eigentlich ist es angepeilt. Ich habe schon, ich habe jetzt, nach Spiral 1, ne, weil ich da auch gerade die Trophäen und die Stilpunkte gerade so hintereinander weggeballert hatte, habe ich nicht so viel Lust gehabt. Dadurch, dass ich jetzt aber auf, ähm, diese, diese Woche Aufnahmepause dazwischen hatte, weil ich da nicht wirklich aufnehmen konnte, wo ich krank war und auch keine Zeit hatte, weil ich sowieso lernen müsste. Ähm, eine Aufnahme Sunshine habe ich, glaube ich, gemacht. Dazu gleich vielleicht noch was. Ähm, aber jetzt in dieser Zeit habe ich dann doch schon wieder Lust auf Spiral 2. Ähm, ich würde aber halt schon gerne lieber erst mal Sunshine beenden. Beenden, äh, klingt jetzt so, als wäre ich schon fast am Ziel. Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, 66% der Insignien, zwei Drittel. Ähm, das, das wird noch lustig. Also vor allem die, die ganzen blauen Münzen einzusammeln, beziehungsweise zu wissen, welche habe ich jetzt, welche habe ich noch nicht. Ähm, das wird lustig. Ich habe die beiden schlimmsten Insignien auf jeden Fall jetzt schon geschafft. Das wäre einmal dieses Pachinko, Dings da. Das ist so ein Pinball-Dings. In Japan gibt es die, Teile halt, die heißen so. Oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Ähm, ist halt wie ein Flipper, nur dass eben keine Flipper da sind. Du hast halt einfach so ein Gerät und unten, wenn dann die Kugel runterfallen würde, wo du hochflippern kannst, da ist halt nichts zum Flippern. So ist das halt. Und, ähm, ja, das soll ziemlich scheiße sein. Das war eigentlich ganz okay. Es ist halt nur ziemlich frustrierend, wenn du, so komisch mit den, die, die Physik, ich dachte erst, das wäre tatsächlich irgendwie geplant. aber, laut vielen Foren ist das einfach nur broken. Also, das sollte gar nicht so sein. Wie auch immer. Es, ähm, ist auf jeden Fall frustrierend mit diesen komischen Physics da oben, wo es, wo es scheint, als wäre da irgendwie ein Wind. Ihr werdet sehen, was ich meine. Es ist, ähm, ja, es hat dann doch zwei Parts gedauert, aber, das war auch so ein bisschen eine Situation geschuldet, die ich dann da nochmal ein bisschen genauer erläutert habe. Da geht es jetzt nicht um Krankheit oder Prüfung oder sowas, sondern um eine andere Situation. Und, dann halt dieser Seerosenkack. Ähm, da war halt eigentlich das Problem, natürlich der Weg, weil du musst mit Yoshi einfach mal ewig weit übers Meer und dieses Scheißviech kann nicht schwimmen, wie man vielleicht als Mario-Kenner weiß. Und, ja, den Weg darfst du natürlich immer wieder machen, wenn du alle One-Ups verloren hast, weil du landest ja immer zentral auf dieser Scheiß, äh, auf diesem Scheiß Piazza Delfino. Das heißt, du darfst jedes Mal dir den Yoshi schnappen und irgendwie versuchen, ihn übers Wasser zu kriegen, weil du da eine Röhre freispritzen musst mit deinem Saft. Nur mit ihm geht das und dann kannst du in die Röhre gehen und da befindet sich dann diese tolle Challenge, die sauschwer ist. Ja gut, sie ist nicht so sauschwer. Ähm, ich glaube, Pachinko war schwieriger, aber auch dieser, dieser Gift-Teich, der ist auch echt nicht, nicht nett. Wirklich nicht. Du musst halt, das ist vor allem Trial and Error, weil du wissen musst, wann muss ich, äh, in welche Richtung lenken und was weiß ich. Es ist einfach nur Trial and Error. Deswegen, blöd. Ja, wie auch immer. Ähm, das habe ich gemacht und dann habe ich jetzt eben schon in der ersten Welt in Montibianco angefangen, die blauen Münzen zu sammeln. Ähm, da bin ich, glaube ich, noch nicht fertig. Da war auch wieder Yoshi am Start, was mich ziemlich abgefangen hat und, ja, es, ähm, kommt eine Menge Arbeit auf mich zu, sehe ich da. Ich hätte zwar eigentlich geplant, dass ich, ähm, chronologisch erst halt wirklich alle Sachen, ähm, alle Weltennummer durchgehe, da die zwei geheimen Insichten jeweils hole und dann mit den blauen Münzen anfange, aber, ja, die Sache war halt, dass ich, ähm, ja, immer noch krank war und ich wollte eigentlich nur so ein Zusammenschnitt-Video machen quasi und dann habe ich mich halt schon mal damit beschäftigen, wo die ganzen blauen Münzen sind und, ähm, habe dann einfach angefangen. Habe es aber eben auch auf der Tonspur direkt aufgenommen, das heißt, da werde ich ein bisschen meine Huste rausschneiden und dann werdet ihr das hören. Vielleicht mit ein bisschen anderer Stimme. Ähm, ja, das werde ich dann einfach genauso chronologisch, wie ich es aufgenommen habe, dann auch einfach raushauen. Das habe ich auch noch verschluckt. Geil. Ja, das wäre es auf jeden Fall dann dazu und, wie man da vielleicht schon hört, ich habe das erste Level, die blauen Münzen, ich habe in den ersten zwei Leveln die geheimen Insignien, das heißt, da kommen noch fünf Level auf jeden Fall auf mich zu mit geheimen Insignien und dann noch die ganzen blauen Münzen da jeweils 30 in einem Level gibt es. Ähm, ich habe Ihnen mal aufgeschrieben, wie viel ich bereits habe in den einzelnen Welten. Ähm, könnt ihr euch auch mal so angucken, wenn man das so sieht. Also, da sollten halt theoretisch natürlich sechs Päckchen sein von diesen Fünferstrichen. Weil 30 und na, bei Montemianco bin ich jetzt bei 26, 27, 27. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Aber, dann gibt es halt so Level wie Bayer Paradiso, da habe ich einfach mal sechs von 30. Das ist dann natürlich ein bisschen scheiße, das ist ein Fünftel und das dauert nur noch Jahre, bis ich das alles habe. Ja. Und deswegen, apropos Jahre, das wird wahrscheinlich in diesem Jahr nichts mehr. Aber gut. Mal schauen. Mal schauen. Gerade wegen dem Umzug. Sonst hätte ich vielleicht noch ein bisschen, ein Monat wäre vielleicht okay, aber so nicht. Die Technik muss ja dann erstmal alles passen und ach ja. Das wird nichts. Das wird nichts. Ja, zu kommenden Projekten, zum Beispiel, Mario und Sonic und so ein Scheiß, das werde ich alles später mit euch ausdiskutieren in einem anderen Video, in einem upcoming 2019 Video, so wie ich es jetzt die letzten drei, vier Jahre gemacht habe. Ich werde natürlich auch wieder so einen schönen Jahresrückblick, ich strebe an, einen Jahresrückblick zu erstellen, sagen wir mal besser so. Eine wunderbare Überleitung zum letzten Thema, in die Richtung. Ich lerne es auch nicht, obwohl ich es bisher im Video gut hinkriegt habe. Cut-Content-Videos, das habe ich jetzt einfach, diesen Begriff habe ich einfach mal schön von Rick entlehnt. Nicht geklaut, entlehnt. Und das umfasst natürlich ziemlich viele Videos, die eigentlich schon ziemlich lange in meiner Palpline sind. Und dazu zählt vor allem die Enzellen-Trilogy und ihr Post-Talk. Ja, in Arbeit, in Progress. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Auch schon wieder seit einem Monat nicht angefasst. Das lag jetzt aber wirklich an Stress. Nicht daran, dass ich keinen Bock hatte. Ich hätte schon Bock gehabt, aber einfach keine Ressourcen da. Keine personalen Ressourcen von mir. Deswegen ging nicht. Und sonst wäre da halt noch das Go-Vocation-Video lösche ich ehrlich. Also was heißt löschen? Ich lösche das aus meiner Pipeline. Ich werde das nicht machen, so wie ich es irgendwie mal geplant hatte, dass ich irgendwie so einen Vergleich mache und bewerte und vergesse es. Das mache ich nicht. Ehrlich nicht. Zumal ich Go-Vocation jetzt auch erst mal meiner Freundin gegeben habe. Wobei sie gerade heute ihre Switch hier vergessen hat mit Go-Vocation drin. Das heißt, ich könnte es theoretisch jetzt gerade machen, mache ich aber auf keinen Fall. Nee, dazu werde ich nichts mehr machen. Man kann das vielleicht irgendwann mal in ein, zwei Jahren nochmal im Stream spielen maximal. Aber dann habe ich auch erst mal wieder genug von dem Spiel. Muss ich nicht machen, ehrlich nicht. Hingegen so andere Cut-Content-Videos wie zum Beispiel die 9-Compilations vom Dennis, die würde ich gerne dann bald wieder in Angriff nehmen. Dann zu Crash 4 wahrscheinlich. Das wäre auf jeden Fall was, was ich in Angriff nehmen würde. Ich weiß gar nicht, ob ich sonst noch was in Planung hätte. Na gut, die Spyro-Ära-Theorie gäbe es noch. Da könnte man die nächste Ära mal machen. Aber da habe ich auch noch nicht mal angefangen. Weil ich, wie gesagt, eigentlich mich mal auf die Insane-Religion, ihren Post-Talk, fokussieren wollte. Das hat nicht so ganz geklappt in der jüngsten Vergangenheit. Deswegen, ja, es stocken auch andere Projekte, die ich gleich in diese Richtung vorhatte. Mal schauen, ob das jetzt nach Abschluss der Ausbildung, nach Vollziehen des Umzugs irgendwie ein bisschen leerer wird bei mir im Zeitplan, im Terminplan. Das schauen wir mal. Fände ich schon cool. Ja. Und wo ich gerade bei dem Thema Dennis war, da werde ich natürlich weiterhin jetzt die Zitate machen. Werd vielleicht ein bisschen an der Anwendung basteln. Vielleicht auch nicht. Ich habe letztens auf jeden Fall noch gerade ein Feature implementiert, sag ich mal. Was einfach direkt meine Textdateien ausliest. Wie ihr vielleicht von dem Prozess schon wisst, ich habe halt, wenn ich Zitate aufschreibe, aus Dennis Videos, dann habe ich das halt immer, wenn ich die gerade, ich gucke halt immer Projekte noch einmal neu, wie ich es gerade zum Beispiel mit Crash of the Titans tue und schreibe mir dann relevante Sachen, die ich theoretisch schreiben könnte als Zitat. Die werden dann nochmal eine feine Review von mir unterzogen, aber prinzipiell schreibe ich die Sachen dann raus mit Timecode, gucke das dann am Ende des Projektes, wenn ich einmal durch bin, nach und schreibe das dann halt so in der Textdatei direkt auf. Dann schreibe ich dann halt auf, auf welcher Volumen das ist, zu welcher Zeit, also den Timecode, gibt quasi so einen kleinen Nickname für dieses Zitat, also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn er jetzt sagt, boah, bist du Kacke, dann ist Kacke einfach mal das Codewort, also der Name quasi, dieses, wie nenne ich das, einfach nur Codename, glaube ich, oder sowas. Und dann halt noch ein Link und das eigentliche Zitat, das wird also nur in der Textdatei geklatscht und ich bemühe mich halt, das möglichst strukturiert zu machen. Ursprünglich geplant, damit ich das einfach in die Web-Anwendung selber copy-pasten kann, aber ich habe natürlich schon länger da mit dem Gang gespielt, ja gut, wenn es sowieso schon in so einem Format ist, wo es einfach einheitlich ist, dann kannst du auch einfach irgendwie das Ganze auslesen lassen. Hatte ich bisher nicht wirklich Bock zu, jetzt habe ich es mal umgesetzt, vor ungefähr einer Woche war das auch, kurz an meiner Prüfung glaube ich, dann war es noch nicht eine Woche, ja keine Ahnung wann es war. Sorry, da hatte ich einfach irgendwie Bock das zu machen, weil ich dann eben wieder, ich weiß nicht, was hatte ich fertig, Crash 2 in der Incentralogy, habe ich Zitate gehabt und dann habe ich mir einfach gedacht, ja gut, komm, jetzt machst du das mal. Die Zitate von Rayman hatte ich nämlich glaube ich auch noch gar nicht da in der Liste, in der Datenbank drin. Ja und dann dachte ich mal, mache ich das gerade mal, habe das implementiert, das war tatsächlich gar nicht so schwierig, allerdings auch nur so weit, dass ich jetzt sage, okay ich klicke jetzt einen Button in der Web-Anwendung und ja auf dieser Seite ist nur dieser Button und wenn ich diesen Button drücke, dann nimmt er halt einfach irgendwas, was hart codiert ist. Das heißt ich kann jetzt keine Datei irgendwie reinziehen in die Web-Anwendung und die wird schon ausgelesen. Das wäre der nächste Schritt, aber das war wieder mehr Richtung Web und da wollte ich noch nicht hin. Ich wollte nur ganz kurz mal sagen, okay hier komm, lies einfach mal die Textdatei aus, weil das ist alles noch ohne Web-Anwendung. Das ist das Ganze komplett in C-Sharp halt programmieren und das ist ganz nett gewesen. Da musste ich nicht viel Aufwand betreiben, das konnte ich, sage ich mal, da musste ich nicht googeln und das war ganz gut. Das habe ich jetzt auch noch umgesetzt und ja, das wie gesagt, das mit der Web-Anwendung irgendwie confirm zu machen, wäre ein nächster Schritt für mich. Es erleichtert nur Sachen für mich eigentlich, aber es wäre halt schon irre praktisch. Ja, sonst wie gesagt, mache ich das halt weiter. Wie gesagt, gucke gerade Crash of the Titans und dazu gibt es dann auch bald Zitate auf Twitter. Das wäre so der Stand. Wie gesagt, Anwendung wird so ein bisschen weiter gemacht. Ob die irgendwann mal launcht, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir absolut nicht sicher, aber ist natürlich immer noch angestrebt. Ja, das wäre es soweit von mir. Ich denke, ihr habt jetzt 20 Minuten wichtige und sehr unwichtige Infos erhalten und würde mich natürlich freuen, wenn ihr weiterhin bei Spyro Reds noch beim letzten Part dabei seid und bei Mario Sunshine. Wird ja nicht so krass geguckt, kann ich verstehen, weil es ist ein Blind-Projekt. Nein, was heißt nicht so krass geguckt, wenn man jetzt natürlich Spyro Reignited als Vergleich hat. Ja, ist klar. Nein, aber ich kann absolut verstehen, wenn Leute sagen, äh, der zockt Sunshine Blind, was ist denn das für ein Vogel? Weil, ja, es ist schrecklich. Ich habe jetzt nämlich angefangen beim Domi reinzuschauen in das Let's Play. Also der hat ja ursprünglich mal 2013, glaube ich, eins gemacht und jetzt halt nochmal 2017, 2016. 2016 müsste es gewesen sein, da hieß es nämlich noch NX und nicht Switch. Da war der Titel der Nintendo Switch noch gar nicht bekannt. War, glaube ich, im ersten Part oder so, wo er es erwähnt hat. Fand ich ganz witzig. Nintendo NX, ja, ja. Was ist das wohl für eine Konsole? Keiner wusste es. Es gab nur das Gerücht Hybrid-Konsole und ich schweifele schon wieder ab und lande irgendwann bei Weltkriegsthemen, das will ich nicht. Ja, das ist nämlich viel zu weit zurück. Also, ähm, da habe ich nämlich mal reingeguckt und, äh, was heißt reingeguckt? Ich gucke es halt. Bin jetzt dann bei Part 6 oder 7 oder sowas und, ne? Ja, also da, wo er jetzt ist, war ich halt gerade mal bei der Hälfte der Insignien bei der ersten Welt. Er ist jetzt irgendwie mit den ersten beiden fertig mit allen, mit allen Insignien, mit allen geheimen Insignien, mit roten, äh, mit blauen Münzen und, ähm, hat schon hier und da auch in der Hauptwelt was geholt. Also, ja, man sieht halt einfach dann, wenn man es überhaupt nicht kann, dass da einfach die Mechanismen nicht klappen. Man kann natürlich auch nicht so viele Moves und sowas. Und, ich verstehe komplett, äh, wenn man das sich bleiblich antun will. Ich verstehe es auch komplett bei meinem 64-Projekt, also Super Mario 460, aber da kann ich das Spiel ja zumindest. Ich hab jedes Level schon mal gesehen, ich wusste, was man zu tun hat. Bei Sunshine nicht. Sunshine hab ich noch nie vor diesem Let's Play gesehen. Ähm, deswegen wundere, dass ich überhaupt irgendwie durchgekommen bin bis zum Endgegner in 50 Parts. Das wundert mich immer noch. Ähm, trotzdem viel zu viel. Wenn ich einfach sehe, Domys Projekt hat einfach, also, sowohl das alte als auch das neue haben einfach 35 Parts und das, zumindest das neue ist auf jeden Fall 100%. Ja, für 100% werd ich auf jeden Fall, ähm, 70, 80, wenn nicht sogar 100 Parts brauchen. Es ist noch ein weiter Weg. Ja, auf jeden Fall jetzt, äh, final. Wir sehen uns bald wieder beim Jahresabschluss, spätestens. Und, ähm, sonst wenn ihr Bock habt, natürlich bei aktuellen Videos oder gerne auch bei altem Kram. Ich bin ja so ein Playlist-Mensch, ich guck ganz gerne Sachen in der Playlist nach, alte Sachen. Und ich schweig schon da komplett ab. Wir sehen uns, Leute. Ciao.